Da sind wir wieder und wir sind in der Stadt, was man übrigens hier in diesen Unterschlupfkarten immer sehr schön sieht, dass man ein bisschen eine selbst gemalte Map bekommt, wo man eigentlich ist. Hier unten beim Seabed sind wir vorhin gestartet, sind dann da hoch zur Feuerwehrstation, die ist sogar ein bisschen über uns. Hier drüben ist das Custom House Museum, da oben waren wir an der Tankgarage, da haben wir schon ein bisschen sauber gemacht. Hier drüben ist das Theater, also das Kino, die Straße runter, da wollen wir hin. Hier sind lauter Geschäfte und ein Restaurant am Ende davon. Also das ist cool, dass das alles, man fühlt sich gleich ein bisschen zu Hause. Und hier gibt es auch wieder eine Nebenmission, mit der man dann quasi an die Lieutenants rankommt, um den Schädel zu erhalten. Triangulation, du hast über Funk Gesprächsfetzen der Gegner aufgeschnappt, du musst die Quelle ausfindig machen und ausschalten, so wie auch alle Gegner. Ich nehme die jetzt mal an, das heißt nicht, dass wir danach nicht erstmal zum Kino gehen, aber dann haben wir diese zumindest angenommen. Ich aktiviere mal wieder die Kinomission, das ist der Pausensnack, kann ich gar nicht priorisieren, wird einfach immer angezeigt. Aber dann kümmern wir uns erstmal um das Kino, wo war jetzt das Kino? Hier raus sind auf die große Straße nach links, oder? Ah ne, jetzt bin ich in Richtung Custom House Museum gerannt, das heißt wahrscheinlich nach hier oben und dann nach links. Und direkt da vorne ist das Kino, genau das Kino. Oh ja, Vorsicht, da ist er noch. Vampir-Schleimer, das ist echt peinlich. Hollow Man Nebel geborener, aha. Ich schau mal, ob ich den... Ach shit. Ah, jetzt hat er sich umgegangen. War aber egal. Ein Schuss, fertig. Ah, guck mal hier, Stufenaufstieg. Ich habe meine finale Heldenfähigkeit freigeschaltet, das Schwarzlicht. Oh, war echt? Ich möchte die UV-Strahlen freizusetzen. Was ist denn? Fotoausrüstung, Waffenverwandelt, UV-Glubirnen, okay. Vampire zu versteinern und menschliche Gegner kurzzeitig zu blenden. Ah ja, das ist doch super. Ach, guck mal, jetzt hier. Dafür ist das blaue Zeug. Schwarzlicht benötigt zur Wiederaufladung Zierückstände, die von dem Vernichten von Vapieren aufgesammelt werden können. Manche Kultisten führen Rucksäcke auch in Gefäßen mit. Die Rückstände. So rum. Bei einem Stufenaufstieg kannst du die Fähigkeitenpunkte verbessern. Das ist das blaue Zeug, was aus den Gegnern rauskommt. Ah, okay. So, dann gehen wir mal ins Kino. Läuft noch, Alter. Aber die, äh, diese, diese Einbrüche, das ist hier, ist das hier in der Innenstadt schon? Auffällig. Draußen war es deutlich, äh, deutlich weniger. Hier merkt man es jetzt schon mehr. Aber wäre ja auch zu viel verlangt, wenn mal ein Spiel rauskommen würde, was, äh, flüssig geht. Das Schlimme ist, ehrlich gesagt, immer dieses, von wegen, äh, ja, nee, und, äh, man braucht dann nur die richtige Hardware und man muss dann irgendwie Verständnis haben und das wird schon noch gefixt werden. Ja, Entschuldigung, äh, ich hab letzte Woche Dying Light 2, äh, Dead Island 2 gespielt und das lief mal sowas von rund und sah so gut aus. Ja, das war, ja, ja. Und das ist halt auch die Unreal Engine und Coop und, äh, äh, Zerstörungsphysik und alles. Also, bitte. Ja, und auf den Konsolen läuft's ja auch und das ist ja eine weitaus schwächere Hardware, die da drin ist, ne? Das ist schon... Ja, es läuft auch auf den Konsolen richtig gut, ne? Also, das... Ja. Ah, hier, Reparaturkit für Popcorn-Maschine. Das war ja easy. Echt? Das war's schon? Äh, ich will das Kino übersehen. Oh. Oh, ich hab was... Auberton-Gefrierschrank-Schlüssel. Das, äh, ist ja das Kino hier. Hm. Oh, hier ist... ne... Grab... Grabblocken. Ich find's hier... Ah, stimmt, davon gibt's insgesamt 100, ähm. Ach, so, Sammelobjekte, oder? Ja. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Okay, damit scheidet man irgendwie, äh, Echos, äh, der Vergangenheit frei von der... Von dieser Frau. Oh. Hier waren welche. Okay. Ach, das Theater ist richtig ein Theater. Das ist kein Kino. Ah. Aber das sah doch von außen aus wie ein Kino. Ja. Also die KI ist wirklich ein bisschen... Also ich stand genau vor ihr und dann kamen erst so die gelben Fragezeichen. Das dauert eine ganze Weile, bis da was passiert, ne? Ach, du gehörst nicht zu mir. Also man könnte, man könnte wahrscheinlich halt den Schwierigkeitsgrad auch noch hochstellen, aber ich wette, dann werden auch die Lebensbalken, äh, Energie brauchen. Und ich weiß auch nicht, ob das das Spiel dann überhaupt auch besser machen würde. Also manchmal, äh, ist es halt so. Aber es bringt auch nicht unbedingt was, wenn es einfach nur härter ist, dass es dann spannender wird. Ja, wenn, wenn, wenn es einfach nur länger dauert, die Gegner kaputt zu schießen, dann finde ich es auch eher störend. Okay, okay, okay. Aber das Loot-System ist echt ein Witz. Also dieses, ich finde jetzt, ich finde jetzt in jeder, äh, Box mehr oder weniger eine neue Waffe. Ja, ja. Ich hätte schon keinen Bock nachzugucken, was da jetzt wohl los ist. Weil, äh, ich schon weiß, dass ich die, die Grundtypen der Waffen im Grunde genommen, ja, alle schon, schon, ne? Auch dieses Ganze mit dem, dass ich verschiedene Wege in die Häuser reinhabe und tralala, das, das kommt noch so aus ihrer Immersive-SIM-Vergangenheit. Mhm. Und bringt hier irgendwie gar nichts. Nee, ne? Also auch so, auch so die Gegnerplatzierung ist auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das Spiel ist so ein typisches Ding, was ohne Open World besser wäre. Und vielleicht ohne diesen Koop, äh, ach mal, hier bräuchte man einen Film. Kommt bestimmt noch mal eine Request, dass man irgendwie einen Film finden muss. Ja. Oder der ist dann halt irgendwo. Ja, ich weiß nicht, weil so, so Spiele wie Dishonored oder so, das waren ja auch keine Open Worlds. Und da hat das ja so mit den verschiedenen Wegen und so, da hat das geklappt, weil die dann wahrscheinlich die Kapazitäten hatten, die Level halt voll durchzudesignen. Ja, und da war ja auch spielerisch einfach viel mehr Interessantes los, also. Ja. Das ist ja, es gibt ja gar nicht so viele Optionen, die du machen kannst, selbst mit den Fähigkeiten. Ja, und bisher ist es ja auch nicht, ja, bisher ist es ja auch nicht so vonnöten, ne? Um das überhaupt so strategisch anzugehen, ne? Sagt mal, ich will noch gucken. Ja, da hab ich schon noch erst gedrückt. Ja, das ist das Weghauen von denen, macht aber trotzdem schon was. Nur das auch. So, was machen wir immer? Sollen wir die Antennen hier machen? Die sind gerade fast neben uns, so gut wie. Ja, wenn du... Welches denn näher? Hier, guck mal, die ist eine 100 Meter, die in die Richtung. Guck mal, hier irgendwie... Ich glaube, hier kommen wir nicht runter. Warte mal, hier nicht... Aber, doch, doch, warte. Ich kann uns ja einen Weg nach unten einfach bauen. Ja, ich bin schon unten. Ich konnte mich... Ich hab schon herausgefunden, dass man, wenn du gegen die Wand springst, dann wachst du dich so ein bisschen in die Texturen rein oder in die Hitboxe. Und dann verlierst du nicht so viel Leben. Antenne. Ja, wahrscheinlich... Antenne wird wahrscheinlich auf dem Dach sein, ne? Ach ja, da oben. Ich hab zwei Augen, Crossley. Das genügt, um dir den Rücken zu decken. Und dafür bin ich dankbar. Aber ist das... Heterokomie? Oder... Anisokorie? Wie bei David Bowie. Eine... Kriegsverletzung. Guck mal, jetzt geht's um seine Augen. Ich bin Forscher. Das, was mir ja auch schon aufgefallen ist. Ah, jo. Jetzt hab ich keinen Dietrich mehr. Ich geh aber über die Falle. Fühl mich wieder gut. Das ist ja auch zum Beispiel, dass das... Ich hab jetzt hier die Falle ausgelöst. Und bei den... Normalerweise war es ja bei den Arcane-Spielen dann halt auch immer so, dass das so Fallen... Einfach ein... Ja, also wirklich eine Gefahr oft war. Also man wollte Alarm nicht wirklich auslösen. Nee, das stimmt. Hier ist es einfach egal. Okay, wir brauchen einen Weg aufs Dach. Aber... Aber wie? Aber wo? Aber was? Aber wann? Ich glaub, ich hab einen. Ja? Ah. Ah, da. Ja. Hier mal. Ach, jetzt kommt... Ah, hier ist die Antenne. Also war... Jetzt mach ich mal probeweise. Mach ich jetzt mal kurz, äh... Äh, da, 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 da. Hatte mal Vollbild im Fenster. Ich mach jetzt mal kurz Vollbild. Und... Episch, 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 episch. Die ALS hab ich auch für Qualität. Äh... Ja, das ist halt schon krass, ne? Ja, das ist halt schon krass, ne? Dann hab ich halt 100 FPS. Wie viel, wenn du was machst? Wenn ich die Frame Generation anmache, also wenn ich quasi DLS, äh, DLS 3, ist doch diese Frame Generation. Ja, ja. Ähm, wenn ich die jetzt anmache, hab ich halt über 100 FPS. Boah, okay. Merkst du denn da einen Unterschied mit Krassen? Naja, ist halt schon auf einmal dann richtig flüssig, ne? Ne, also ich mein so vom Bild her, so. Von der Bildqualität? Ja. Nö, gar nicht. Also... Krass, okay. Das einzige Problem ist, dass ich halt dann Taring drinne habe. Ähm... Das ist jetzt hier, bei dem Ding jetzt zum Beispiel gar nicht doll. Ja. Aber... Macht das was aus, wenn man einen G-Sync-Monitor hat? Damit kannst du es quasi umgehen. Ähm, da übernimmt ja der Monitor das. Das Problem ist halt, ich kann das... Mir bringt das nicht so viel, ähm, weil ich ja Videoaufnahmen machen muss. Ach so, ja. Ähm, und dadurch hab ich dann natürlich das Taring voll, ähm, voll drauf. Ja, gut, das macht Sinn, ja. Ja, und das geht halt oft noch. Also, es gibt ein paar Spiele scheinbar, die das können. Also, der Microsoft Flight Simulator. Da kannst du V-Sync über den Treiber erzwingen. Ja. Ähm, und dann läuft das Spiel trotzdem normal und ist dann, geht dann auf seine 60 FPS und macht dann auch sein, ähm, macht dann auch kein Taring. Ähm, aber zum Beispiel in The Witcher oder in Cyberpunk, wenn du dann, ähm... Da ist sowieso erstmal die... Die V-Sync-Option ausgeblendet. Und, ähm, wenn man dann die... Wenn man dann die, die, ähm, den, über den Treiber, die 60 FPS oder was auch immer, halt V-Sync allgemein, ähm, erzwingt... Dann, ähm... Okay, das ging schneller ausgedacht. Ähm, dann ist es so ein bisschen, als würde das Bild immer fünf, sechs Bilder lang laufen, dann stehen wir dann und wieder laufen. Also, es ist eine ganz, ganz unruhige Art und Weise, wie das Bild dargestellt wird. Dann kannst du auch nicht, also kannst du ja nicht spielen, das geht so nicht. Ja, okay, okay. Oh, sorry. Nee, wollte nicht. Wollte auch so ein bisschen mit den Halloween-Dekorationen. Ich muss mal nach dem, ähm, ähm, nach der Session heute gleich mal ausprobieren, ob ich hier bei dem Spiel quasi über den Treiber, ähm... Ui! Doch, ach du Scheiße. Ich wollte eigentlich die Alarmenlage ausmachen. Ob ich das erzwingen kann, ähm, über den Treiber, ob das funktioniert. Aber wie gesagt, bei Cyberpunk und Witcher haben mich dann diese ganz merkwürdigen Slowdowns drin gehabt. Okay. Und ich glaube, offiziell ist das halt auch noch nicht unterstützt. Und das war was, was mir vorher nicht klar war bei den, ähm, bei diesen DLS-3, also bei den Viertausender-Karten. Weil an sich ist das halt ein wahnsinniges Feature. Also dieses, äh, das Frame-Generation ist der... Das ist auch krass. Irre, was da, also, wenn ich auf einen Schlagteile bis zu 50, 60, 70, manchmal bis zu 100 Frames mehr, das ist halt einfach Wahnsinn. Also ich habe jetzt, wir haben jetzt hier gerade eine Szene mit nur 165 FPS. Scheiße. Nee, 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 sorry, das war... Ui! Oh! 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 Fasziniert! Danke! Okay. So. So, jetzt mach ich es mal kurz aus. Ich habe jetzt 150 Frames gerade gehabt. Mhm. Jetzt mach ich es mal aus. Mach auch Forstung aus. Und mach das aus. Und lass das DLS auf Qualität. Mhm. Ich bin jetzt mal an der gleichen Stelle bei 82 Frames. Boah, das ist schon nicht schlecht, ey. Und ich sehe halt echt, ich sehe keinen Unterschied. Also es gibt bestimmte Situationen und es ist ja bei DLS auch so, dass es Situationen und Szenen gibt, wo du dann den Unterschied siehst. Weil da vielleicht irgendwo ein merkwürdiges Ghosting oder so mit drin ist oder weil es vielleicht mit bestimmten Texturen nicht so gut klarkommt. Bei Dings war das zum Beispiel so, bei, na wie heißt's, Dead Space. Hm, okay. Aber, äh, Nummer eins, du musst in der Regel auch wissen, wo du da hinguckst. Also, das fällt jetzt nicht super schnell auf. Und, ähm, also ich meine jetzt nur das normale DLS. Und du kriegst halt trotzdem oft echt nochmal einen Schub. Aber diese Frame-Generation ist halt nochmal ein völlig anderes Biest. Also, das ist wirklich... Das ist echt krass. Und du würdest sagen, wenn man einen G-Sync-Monitor hat, kann man da auch nochmal gut entgegenwirken, so? Wenn du einen G-Sync-Monitor hast, ist das überhaupt kein Problem. Ach so. Also, dann ist es einfach weg. Der macht ja das... Der übernimmt ja das V-Sync, der Monitor. Ja, weil... Also, es müsste eigentlich gar nichts dann sein. Ah, krass. Aber so hab ich das bei mir immer eingestellt. Nur, bei DLS ist es mir eh nie so wirklich aufgefallen. Dann mal los! Aber, ah, krass. Trotzdem sind die Kackkarten noch zu teuer dafür. Ja, aber vor allem, also, die Spiele sind ja einfach zu schlecht optimiert. Das darf halt auch nicht sein, ne? Man merkt ja, es bringt ja sowieso nichts. Also, weiß ich nicht. Ja, also, das geht halt nicht. Also, ich mein, Spiele mit dem EQR, die das... Eben, ne? Weil Nvidia wirbt dafür ja eigentlich hier da mit 4K-Gaming super top, tippitoppi. Aber das läuft ja nicht mehr jetzt im WQRD. Gut, wie gesagt, da sind halt dann immer noch so viele Faktoren mit dabei. Halt CPU und tralala. Aber, ähm... Ist auch irgendwo ein bisschen der Punkt. Dann... Dann... Müssen sie halt diese Spielfresser optimieren, dass die CPUs besser nutzen können. Weil, also, ein 12-Kern-Prozessor ist echt keine schlechte CPU. Also, das kann auch wieder nicht sein. Ich würd ja auch sagen, dass die meisten, die so ne krasse Karte haben, haben ja am meisten auch immer das CPU-Pendant, so, dass sie halt nicht so ein Bottleneck haben. Ja. Also, selbst... Also, da würde bei mir jetzt schon noch was gehen. Da müsste ich jetzt irgendwie noch, äh... Ja, müsste ich wahrscheinlich so... Weiß nicht. Vielleicht bräuchte ich ein neues Mainboard. Müsste ich vielleicht, äh... So 500, 600, 700 Euro reinstecken. Ich könnte theoretisch auch noch, äh... Ich könnte theoretisch auch noch den RAM auswechseln. Ähm... Da würde ich dann bei... Ich hab jetzt DDR4-RAM. Ich könnte dann auf DDR5 gehen. Aber ehrlich gesagt, so viel macht das dann auch nicht mehr. Also, das sind homeopathische Unterschiede zum Teil. Das sind dann teilweise irgendwie so 2,7 Prozent mehr, die du da haben kannst. Das ist... Und das lässt dann auch mit niedrigeren Auflösungen wohl... WQRD ja schon fast zuzählt, dann auch nach. Aber ich hab auch ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt noch einen 4K-Monitor zu kaufen. Weil... Ach, wofür? Ich seh den Unterschied zwischen 4K und WQRD. Nee, nicht. Eben. Ich find bei einem kleinen... Also, bei Fernsehern, ja. Aber bei Monitoren, die sind so klein, dass der Effekt so krass wär. Also, zumindest, dass sich der Performance... Die Performance einbußen dann lohnen würden. Also... Meiner Meinung nach zumindest. Also, ich seh das zumindest nicht so krass. Ja, also, geht mir ähnlich. Und außerdem läuft es auf die Games ja dann eh nicht in 4K. Das kommt ja noch dazu. Jetzt hab ich gerade mal... Warte mal, jetzt hab ich mal zwei Stregers auf Level... Ah, nee, eine ist auf Level 5 und hat deshalb mehr. Und die andere ist auf Level... Level 4. Ach, ich hab da auch voll lange nicht mehr reingeguckt. Ich hab die ganze Kacke voll. Zumindest gibt's ja anscheinend kein begrenztes Inventar. Das ist schon mal gut. Doch, doch, der Rucksack ist begrenzt. Also, zumindest für die Waffen. 26 von 40 hab ich jetzt. Ach jo, ich seh's gerade. Aber du kannst natürlich die... Du kannst ja jederzeit einfach im laufenden Spiel verkaufen. Ja, gut, das stimmt auch. Dann eigentlich ist es ja oben begrenzt, wenn man nicht faul ist. Ja, also, das ist nicht so wild. Aber lass mich mal kurz gucken. Ich hab noch ein Upgrade. Verbündete in einem großen Umkreis von mir verfügen Vampiren zusätzlichen Schadenszonen. Das nehmen wir doch gerne gleich. So. Das ist die Frage, wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß, ne? 1000 Snack. Repariere die Popcornmaschine. Deaktiviere den Ursprung des Signals. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo... Der Ursprung des Signals ist... Ach da, ah, okay, hier ist so ein Bereich. Warte mal, ich setz mal einen Ping dahin, wo was sein könnte. Ja. Jetzt ist auch übrigens dieses Umkreis-Ding verschwunden vom Hubschrauber. Ist jetzt nicht mehr da. Ah, guck. War das im Kino eine Hauptmission? Ne, war ja nie eine Mission. Okay. Die nächste Hauptmission müssen wir erst wieder aktivieren. Aber können wir jetzt auch bald. Jetzt hier das... ...Suchgebiet starten. Soundvampir. Es ist auch, es ist ja auch, also, auch mit den Performance-Einbrüchen und so, ähm, das darf halt eigentlich auch nicht sein, weil in dieser Welt ist ja eigentlich fast gar nichts los. Also, es sind fast keine interaktiven Objekte. Hier ist, äh, sind, ist keine KI, die irgendwie groß was macht. Es sind keine, ähm, Entschuldigung, das war in, äh, Rüpsa. Es sind keine, ähm, so krassen Wettereffekte oder so ein Zeug. Äh... Also, ich hab zumindest das Gefühl, dass es auf, besonders auftritt, wenn, äh, wenn viele Lichtquellen da sind. Ja, ist ja so ein bisschen so ein Klassiker, ne? Äh. Also, es kann durchaus sein, ne, so. Also, weil gerade beim Kino hast du ja ein paar von jeder Seite und da war schon übel. Da ist halt, da muss ich halt auch sagen, ey, da freue ich mich auch wirklich drauf, wenn das dann in ein paar Jahren, sagen wir mal, sich Pass-Tracing und diese ganzen Technologien wirklich langsam durchsetzen, ähm, weil das, das sind so globale Lösungen. Da musst du dann nicht irgendwie einzelne Bereiche des Levels dann nochmal gucken, ob alles gegrüft wird und nochmal. Also, klar, du musst immer auch ein bisschen optimieren, sowas nicht. Ähm, aber es sind, es ist trotzdem von, von, von der Grundlage her schon so ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Das stimmt, ja. Ich hoffe auch, dass, dass alleine durch, äh, was es ja auch bei der Unreal Engine ist, was du ja auch gesagt hast, mit den, mit diesem Editor, der ja super stark ist, weil der, ähm, ganz viele Sachen alleine generieren kann, also, das sieht man ja auch in dieser Tech-Demo, so, dann sagst du, ja, nee, ich will da doch keinen Berg, ich will eine ebene Fläche und dann zimmert der dir da einen Dschungel hin. Du denkst dir, okay. Aber das ist ja was Gutes, wenn die Entwickler dann mehr Zeit haben für anderen Kram. Weil anscheinend haben sie ja so wenig. Ja, offensichtlich. Ja, vielleicht, vielleicht, äh, brauchen, vielleicht brauchen wir die Technologie, äh, damit Triple-A-Entwickler wieder eine gute Mitte finden zwischen Budget und Zeit. Das kann durchaus sein, also, das ist einfach, ja. Achso, ich versuche jetzt hier mal den Vampir-Luternhand anzunehmen von dem Bezirk. Ich folge dir gerade. Das ist halt auch wieder Fundsachen, was ist denn hier Fundsachen? Du musst das Rucksack öffnen. Das ist halt auch wieder das Ding hier mit dem, jetzt habe ich wieder ein Spiel, wo ich die Bezirke mehr oder weniger erobere. Ja, also, es ist 2023 und ich habe wieder eine Open-World, in der ich Bezirke. Aber du musst die Karte nicht aufdecken. Ja, das stimmt. Aber es ist halt schon ein bisschen so, ah, Leute. Ja, ja, ja. Wie oft wollen wir das Spiel denn noch spielen? Ja gut, das ist halt, das ist halt Open-World-Content, ne? So, muss man halt so sagen. Ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen bitter. Ich sag's ja, das Spiel ohne Open-World wäre besser gewesen. Ich bin mir echt sicher. Ja, aber auch da hätten sie sich ja irgendwie wahrscheinlich überlegen müssen, was, was machen wir denn nun? Ja, ja. Also, was soll denn hier passieren? Ähm, und dann bräuchten sie halt wieder doch ein, wahrscheinlich ein bisschen anderes Gameplay oder mehr Optionen im Gameplay. Ja, das wäre dann wahrscheinlich wieder schwierig. Ja, ich finde nur alleine schon so von der Gegnerplatzierung und so merkt man halt, dass es halt irgendwie sich super random anfühlt. Ja, das stimmt, das stimmt. Komischerweise, also gerade jetzt hier im Ort selber finde ich wirklich auch gar kein Gefühl für den Ort. Ähm, das war bei dem, bei dem Ding anders. Ja, vielleicht, weil man langsam merkt, wie die, wie die Open-World funktioniert auch, weil an sich so, es sieht ja schön aus, so, ne? Ja, aber es ist halt tot. Aber auch hier, es sind, eigentlich sind es auch hier schon wieder fast ein bisschen zu viele Häuser und Gebäude und alles. Das, das war, äh, ja, ich weiß auch nicht, also, Dead Island, vielleicht hat mich Dead Island jetzt gerade echt so krass geprägt, dass mir das so, dass das so ein cooler Sweetspot war. Ist das im Museum oder wo ist der drin? Ja, ich glaube, der ist in diesem Museum drin. Ah, okay, cool. Na ja. Hau mal, jetzt haben die so ein bisschen Schilder. Na ja. Oh, hier ist niemand hier. Ah, das scheint irgendwie ein Gerät oder irgendwas zu sein. Äh. Oh, ich muss mich heilen. Oh Gott, oh Gott. Irgendwo ist hier was, was die, was die schützt. Oh Gott. Ich bin am Boden. Vorsicht, bei mir sind drei verschiedene Vampire. Einen habe ich geschwächt, einen kann man flocken. Ja, können Sie zu mir. Hinter dir. Ah, das ist leer. Das waren ein paar Ärzte. Jetzt bin ich wieder hier. Ich komme. Ich komme. Das wäre ich ohne dich. So. Das erklärt aber, ehrlich gesagt, diese Slowdowns erklären auch, warum die Konsolenversion nur, selbst auf der Series X, nur 30 FPS macht. Ach, auch auf der dicken Xbox. Ja, ja. Aha, okay. Das ist aber schon bitter. Ich meine, deswegen hat man sich doch die dicke Version geholt von dem Ding. Das ist ja zum Beispiel auch echt, die Umgebungen hier sind ja eigentlich ganz schön und das ist ja auch das Coole bei, gerade bei das Honor 2 gewesen, da gab es ja so schöne Level. Aber im Grunde genommen rennst du jetzt hier auch eigentlich nur durch und ballerst halt so ein paar Viecher weg. Und dieses Ganze, ich lerne die, ich lerne die, ich lerne die Umgebung so richtig kennen und gucke mir das alles mal richtig schön an, das muss ich jetzt bewusst machen. Also ich muss so durchlaufen. Ist aber eigentlich totaler Quatsch, weil das jetzt nicht irgendwie zur Gameplay-Aufgabe dazugehört. Ja, ja, genau, genau. Also es ist halt, ja, das Missionsdesign fühlt sich halt so ein bisschen generisch random an und man wird halt nicht so richtig geleitet so, ne? Und dadurch... Es gibt ja auch einfach, also es gäbe hier ja hier drin nichts zu tun. Ich renne hier halt rein, baller die um. Ja, ich hätte vielleicht auch ein bisschen schleichend vorgehen können, aber sobald ich einen ersten Gegner hätte, hätte sich das ja wahrscheinlich auch schon wieder erledigt. Und das Spiel macht auch keine sonderlichen Anreize, in diese Art und Weise vorzugehen. Und das ist doch ein nettes Level, ein netter Level hier, aber ich gucke mir den doch nicht Sightseeing-mäßig an. Ah, stimmt. Hier war übrigens der, der hatte nur noch voll wenig HP, ich weiß gar nicht warum. Es ist nicht derselbe Funkspun. Ich mache einen Unterschlupf. Und jetzt gibt es hier irgendwie seltene Waffen. Okay. Ja, brauche ich noch. Gut. Warte mal, ich habe vier jetzt. Und das. So, mal gucken wir doch mal. Also wir haben eins, zwei, drei. Drei Viertel müssen wir quasi noch säubern. Mhm. Geht aber eigentlich auch schnell, ne? Ja, das sind zwei Aufgaben immer nur, also eigentlich. Wild. Sollen wir mal noch eine Hauptmission machen? Ja, wollte ich gerade vorschlagen. Dann beamen wir uns mal zurück in die Feuerwache. Feuerwache. Dann können wir uns die Popcorn-Mission abgeben, weil wir die Popcorn-Maschine repariert haben. Mhm. Und mal anschauen, was quasi die nächste, die nächste Hauptmission wird uns ja wahrscheinlich irgendwo hinführen, wo dann auch wieder genug Nebenkram ist. Ich wollte mich hier zur Ruhe setzen. Oh, du machst gerade bei mir die T-Pose. Hm. Oh, das nehme ich dir auf. Das sieht, das sieht richtig lustig aus. Hey, hey. Ah, jetzt bist du wieder normal. Hey, wo ist denn jetzt die Popcorn-Maschine? Die war doch hier unten im Schrank. Ich suche gerade. Au. Sehr dank, für ein Riese hier. Hm. Kopfanimationen sind auch manchmal sehr merkwürdig. Ah, hier, hier, hier. Guck mal, ich habe sie gefunden. Ah, sehr gut. Ich arbeite an ein paar Sachen. Das ist süß. Das ist echt cool. Kann jemand mal hin? Ist die Treppe nach oben? Ah. Wir müssen nach oben, oder was? Ja, das ist immer der, dieser Missionstisch. Ah, okay, okay. Und da geht es dann quasi, ach guck mal, dann, äh, 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 sind hier mehrere. Eine, äh, todernste Situation. Dr. Hunt möchte, dass die Uhr seines Vaters auf das Grab seiner Mutter gelegt wird, damit die beiden zusammen sein können. Ein Morgenschenken, äh, gehe zur, äh, 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 raus, sorry. So schreckliches klingt. Ich hätte ihm nicht gedacht, es sei jetzt ein Cutsing vom. Oh, dass sie das hier nicht miterleben muss. Sie liebte diesen Ort. Mich? Meinen Vater? Aber vor einem Monat verschwand er. Wahrscheinlich haben ihn die Monster geholt. Aber ich habe seine Taschenuhr. Sie ist schon lange in unserer Familie. Darf ich sie um etwas bitten? Würden sie die Uhr auf das Grab meiner Mutter legen? So können die beiden irgendwie gemeinsam ruhen. Das erscheint unbedeutend, aber es ist mir wichtig. Ich wäre sehr dankbar. Vielen Dank. Noch brauche ich nicht Dankesagen. Wir haben es ja noch nicht gemacht. Was ist ein Cutsing, alles Autor, dann? Ich habe eigentlich nichts geändert. Du hast jetzt so ein Käppi auf und so. Ja, stimmt. Ach, das ist das Outfit, was wir gefunden haben. In der Höhle. Ah, okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die nächste Hauptmission und machen hier eine kurze Pause und dann geht es in der nächsten Folge in der Hauptmission weiter. Also, bis denn. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.